80 Ich kann dir eigentlich nochmal erzählen, ich bin jetzt schon fast dabei, mir ein Gamescom-T-Shirt selber zu gestalten, also, nein, das war ein T-Shirt. Hilfe bekomme ich davon leider nicht, äh, von irgendwelchen Leuten. Blaue Flagge, mach dem Fahrer hinter dir Platz zum Ruhren. Er soll ja mal kommen. Hier, Ferrari. Fertig, das ist so krass. Die Scheiße, ich werde gerade von meinen Mäusen abgelenkt, weil die, äh, säubern sich gerade und das sieht man so selten bei denen. Habe ich gestern nochmal gesehen, gestern, vorgestern, habe ich es mal gesehen gehabt, da dachte ich jetzt, was machen die jetzt, hat sie, die weiße, sind die, hat sie auf Thali gestürzt. Und jetzt weiß ich, dass die ja sich nur, ähm, säubern. Wagen vor mir. Ah, scheiße. Wir haben eine 3 Sekunden Zeitstrafe für ein offensichtliches Kurvenschneiden erhalten. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Was habe ich jetzt, insgesamt 4, oder? Wie viel habe ich denn jetzt, weil eigentlich habe ich ja zweimal gestürzt. Ich muss mir an die erste Kurve dienen, das ist ja der blanke Rollbau. Alles klar. Das war richtig assig. Oh, wir werden da noch was rausholen. Geschwindigkeit. Wir haben ja keinen Nutrissoffetten, wir können sagen, scheiße. So, fett. Ich möchte mindestens 80er werden. Ich glaube, wir müssen auch hier mal hinterher spielen. Immer auf den Granen mal das Fett rauszuholen. In den Kurvenbereichen mal weniger, also Standard. Das würde ich gerade wieder umschalten müssen. Darf ich nicht, das wäre fatal gewesen. So, schnell mal rauszuholen hier, rausballern. Das Dappen ist raus. Wo ist denn der jetzt raus? Da ist theoretisch bin ich ja eigentlich 18 der Elze. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Was ist denn jetzt los? Ist mein Funk kaputt oder was? Fahrer vor mir. Oder kriegt der das gerade nicht gebacken, weil der allein raus ist. Oder wer war jetzt draußen? Kann ich gerade ein, Verstappen, oder? Fahrer vor mir. Ericsson liegt vor dir. Sie fahren mit neuen Weichnäufen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. In der Zeit gibt es nie oder was? Boxen, stopp in dieser Runde, bitte. Wir geben dir ein paar neue Weifen und wechseln auf eine andere Strategie. Der Frontflögel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir die einen neuen Frontflögel. Scheiße, das war jetzt nicht geplant. Es kotzt mich das an. 13. 13. Runde. Oh, scheiße. Und ich schraube noch dazu. Und wir haben einen Fahrer bei mir? 3.5 Uhr. Ich muss morgen zum Glück mit dem Arbeiten gehen. Und jetzt habe ich jetzt die 5 Sekunden Stopp und Gold Strafen weg. Und ich habe meinen Platz erreicht. Zwar nicht so, wie ich wollte, aber ich habe meinen 18 Platz erreicht. Gleich wieder auf die Bremse gehen. Oh, rüber, 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 an los. Fahrer vor mir. Das ganze fucking Band. Das war mir gegen, eigentlich mein Tank vollgepumpt. Jetzt habe ich jetzt noch die Bremse bekommen. Jetzt habe ich jetzt noch die Bremse bekommen. Eigentlich wollte ich keine Rücken haben. Ich habe mir die Gelben wieder aufziehen können. Ich muss die Frage, welche Gelben ich dann bekommen habe. Ja, scheiß Ochsenstock. Ja, auf Gredits. Nice. Jetzt ist er. Ich muss doch im Gerüst haben. Und dann hier habe ich mich letztes Mal rausgehauen. Der Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auch weiche Reifen umgestellt. Ach, der fahr in der Boxengasse jetzt. Fahrer vor mir. Strahle liegt vor dir. Der Abstandsversprechung weit beträgt eine volle Runde. Sie fahren mit neun weichen Reifen. Wir verboten, dass sie noch einen Stopp haben. Blaue Flagge. Alles klar. Das wohl. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast den gut im Griff. Äh, das will ich nicht. Blick mal, wir sind ja das 15. Runde. Boah, Leute, nee. Gibt es irgendwelche... Man muss ja irgendwas jetzt mal besprechen, oder? Komm, ich hoffe, es fährt jetzt rein. Ich hoffe, den habe ich den vollfriedig abgehauen. Scheiße, nee. Komm, Fahrer, ich komme dazwischen. Ich wollte mich eigentlich jetzt um Ferrari, wollte ich mich jetzt... Ja, weil ich den gerade überholt habe. Ich hoffe mal, ich habe mich das wohl... Oder? Ferrari habe ich sogar den Fliegel weggehauen. Boah, das wäre ja noch besser. Würde mir eh nicht springen, dem Ferrari den Fliegel wegzuhauen, aber... Das ist wohl alles auf dem Medium. Fahrein, Tamiens. Wir liegen hinten. Letzter Platz. Oh.